Ja. Äh, man muss jetzt die Lampe angucken? Ei, 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 ei. Muuu. Bitteschön. Kannst auch dir die Lampe angucken. Irgendwie mögt ihr das ja wohl sehr gerne. Also ich guck mich grad eher ein bisschen doof an. Nö, was ist das denn? Aber hier müsste es eigentlich noch anders sein. Hier kommt eigentlich eine Treppe hoch. Haben wir Karten der Treppen? Noch dabei? Da könnte man es eigentlich gleich richtig machen. Dann möchte ich hier nämlich über die normale Erde reinhauen. Wir müssen jetzt einmal getauscht kriegen hier alles. Achso, wir können aber vielleicht auch einfach mal ein Stück Kartoffeln essen. Ich bin jetzt hier und das und machen das da. So. 1, 2, 3. Bitteschön. Alles ist vorbei. Dann haben wir uns das auch schon mal noch getroffen. Wir kommen sogar mit in Gang einigermaßen hin. Sollte wir halt wecken noch ein bisschen, aber kriegen wir alles hin. Äh, ja. Wir legen uns jetzt erstmal kurz hin. Zack. Äh, weg, 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 weg. Weg, weg. Auch weg. Auch weg. Wir brauchen gerade eh keine Erde. Auch nicht zum Auffüllen irgendwo. Dum, 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 dum. Der ganze Holz... Da haben wir auch noch so viel Erde, ne? Ich... Ei, 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 ei. Haben wir das denn noch alles hergehabt? So, weg ist weg. Aus den Augen, aus den Sinn. Wir haben noch relativ viel Zaun. Relativ viel. Ähm. Da erstmal hin. So. Legen wir uns noch kurz hin. Jetzt habe ich gut am Blick überlegen. Wir haben das soweit fertig. Die Beleuchtung für draußen. Für den Zaun muss nicht so extrem viel sein, finde ich. Das sind halt bei den Tieren. Da muss ich nicht so irritiert. Ähm. Mhm, mhm, mhm. Äh. Oh. Sie sieht uns. Sie sieht uns, dass wir sie beobachten. Dun, 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 dun. Jetzt tut sie so, als ob sie uns nicht sieht. Sie haben es gerade eben genau angeschaut. So ist es wieder auszubrechen. Ah, ja, ja, ja. Wir sehen dich. So. Stopp, 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 stopp. Stopp, stopp, stopp. Fahr da runter. Genau, ist okay. Ich will jetzt das, was wir hier schon die ganze Zeit wollen. So. Danke. Hier unten, ich finde. Hier wahrscheinlich. Das ist das, was mich schon die ganze Zeit stört. Und das können wir jetzt eigentlich mal kurz beheben. Ähm. Oh, jetzt ist er schon wieder hier. Warum meckern? So. Äh. Nochmal neu. Hui. Ja. Jetzt ist er da nämlich genau die Geschwindigkeit durchgehend. Das hatten wir am Anfang mit der Meinung auch. Und dann irgendwie nicht mehr. Und ach. Keine Ahnung. Hier läuft das nämlich alles. Und dann wäre es nämlich hier nochmal nach der Kurve. Ja, ich weiß. Das gefällt dir nicht. Dann würde ich das nämlich direkt machen. Dann würde ich das auch eher hier machen. So. So. Äh. Achso. Das waren wir da schon. Da dann so. Nein. Und dann. Da hinten. Sehr schön. Die ist sowieso da unten angekommen. Das passt also. So. Ähm. Ach, Quatsch. Weck damit. Weck damit. Weck damit. Weck damit. Oh, wir können hier eigentlich gleich mal umwandeln ins... ...normale Fackeln einmal. Fackeln. Und eine Schlüssel brauchen wir sowieso immer dabei. Das heißt, das kommt aber erstmal einfach mal hier in die Tasche. So, den Zimmermannshammer brauchen wir erstmal eine Zeit lang glaube ich nicht mehr. Da wir das jetzt... ...soweit erstmal fertig haben. Ja. So, die Schienen müssen wir nachher wieder hinten reinschmeißen. Ach, Quatsch. Schienen gesagt und Schienen genommen. Bäh, 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 bäh. Die Pocken sind ja dahin, so wie wir es gewohnt sind. So, das ist Mahaguni Holz, aber es ist was ganz anderes. Äh, Oak Drawer. Äh, hier ist noch ein einzelner Block des Zimmermanns drin. Warum? Ah, siehst du, die können wir eigentlich auch. Erst einmal wieder... ...und da hin... ...deh, deh, 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 deh. Ich muss gerade überlegen, wollen wir gerade nichts bauen? Nee, eigentlich bauen wir gerade nichts, ne? Automatiles aber auch eigentlich schon dort imapperien haben. So. Hm. Da, 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 da... Da, 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 da... Ich werde gerade überlegen, ob wir hier unten eigentlich eine Holzabteilung machen sollten. so das hier vorne ist Crap-Abteilung und ich glaube oder alles mögliche und ich glaube, dass wir ziemlich schnell voll werden wir haben überlegen, es gibt Setzling Holz Holzbretter Slaps Treppe 5 Sachen an sich schon wäre vielleicht gut, das hier nachts zu sortieren und vielleicht sogar hier rein ich glaube, hier haben wir noch gar nichts, ne? ne, irgendwie noch nicht natürlich auch nicht verkehrt wenn wir zum Beispiel hier Eichenholzbretter und jetzt Großholz Schwarz Eichenholz dann haben wir Großholzstufe das ist eigentlich würde ich fast sagen, ne das wäre da dann das ist ach ne, scheiße, das ist wieder verkehrt hä? ach, Mann jetzt haut er oh, ey, das ist ne, versteht er nach einer Weise versteht er dass er das nicht da reinschmeißen soll glaube ich oder hat er jetzt die hier gerade zugange ist er fertig? ach so, er ist fertig so, das ist Großholz da hin da hin ok die, äh, die wir gerade da nicht eingesammelt haben die können wir da ja selbst da kurz reinschmeißen äh, so ach, das war voll da rein ok na ui ui, da hier so, dann können wir eigentlich auch hier oben das mal rausnehmen das mal rausnehmen das mal rausnehmen das das ach gut wenn wir natürlich Zaun noch haben kommt der Zaun ganz nach unten ähm Birkenholz haben wir auch ok tut 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 hier haben wir die ganzen Setzlinge eigentlich noch ne, das wird das, 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 das und wir müssen doch mal gucken, was wir überhaupt tragen für Setzlinge mh, die fallen raus ach, Mist aber dumm haben wir so viele schon davon? ey, dafür war die Leute so hier haben wir angefangen nehmen wir erstmal Eichensetzlinge Eichen, Eichen, Eichen Eichen das sind Eichen so, dann haben wir da dunkle Setzlinge ist erstmal egal Tanne auch Weiden Fichten Weiden Schwarz Schwarz nochmal Eichensetzlinge ok haben wir überhaupt von den dunklen überhaupt Schwarz-Eichen-Holz haben wir überhaupt schon Ah Mist Denkfehler 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 weil erst kommt das und ich würde auch schon fast sagen, wir machen das so rum was ist das jetzt? Schwarz-Eichen-Holz da rein und das ist so ein bisschen nach Helligkeit sortieren so hin Was ist das jetzt gewesen? Groß-Eichen-Holz da hin Japanisch da hin äh muss ja auch erstmal raus wieder was haben wir da jetzt? Schwarz-Eichen-Holz Mahagoni ich bin immer noch so auch Mahagoni ne? ja genau so das muss eigentlich der hier sein ich weiß nicht was das ist naja das ist eigentlich was ganz anderes wir holen uns eben kurz auch nochmal die anderen Setzlinge es ist eigentlich was ganz ganz anderes eigentlich, 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 eigentlich hm also guck mal das ist da auch verkehrt noch wir haben noch jetzt die Treppen wir kommen da hin dann haben wir wenn ich auch was anderes hatten wir nicht ok 1, 2, 3 stellen wir es uns gleich mal her ähm Schwarz-Eichen da hin da hin Mahagoni so und wir hatten da oben Pinkfarbener Kirsch-Setzling aaaaaa das ist auch wieder ein Unterschied das ist der japanische Böbens-Setzling genauso wie der hier nämlich was haben wir da jetzt? Tropenbaum das ist ein ziemlich helles Holz eigentlich setzen wir mal da hin und da setzen wir den hin was haben wir da? Weiden-Setzling setzen wir nochmal da hin das ist Fichte wir hatten Fichte? ok Ahorn haben wir auch ok Tanne Pinkfarbener Kirsch-Setzling hatten wir jetzt nicht gesetzt ne? ne irgendwie nicht ok gut das sind die Sättlinge die wir jetzt haben ich dachte wir hatten mehr hm naja gut äh aber wir brauchen eigentlich noch mehr davon ne? das sind die Stufen ne die Stufen sind also 6 6 sogar 1, 2 also 9 mal gucken ob das so geht also hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 aber da haben wir nicht so viel äh ok so wir haben wir hier erstmal so wir wollten davon Slaps bauen davon auch Slaps Treppen das ey und so und hiervon auch Treppen jetzt lasse ich kurz nochmal damit wir es uns so angucken können nicht dass wir das Holz umsonst verbrauchen ja davon auch Treppen ok hm das war Schwarz-Eichen das war Schwarz-Eichen ok das heißt hier erstmal Slaps das heißt da die Slaps das ist was ist das Margoni Holz Stufe ist ach die hatten wir ja schon ok doof na gut macht ja nichts äh Margoni Holz Treppe Holz Treppe Schwarz-Eichen Holz Treppe ah dann fehlt uns das hier doch da fehlt uns hier groß haben wir davon noch was hier drin groß Schwarz-Eichen das müsste das sein wahrscheinlich müssen wir mal gucken müssen wir mal gucken ja würde ich vorschlagen dass das die sind so so hierhin und dann damit zu so dann haben wir hier noch Großholzbretter die haben wir sowieso da schon da drin aber auch den Großholzstamm so Schwarz-Eichenholz was sind das hier da fehlt uns eigentlich das japanische Holz ein bisschen aber das haben wir halt nicht wir haben noch Weidenholz das ist dann glaube ich der auch äh da machen wir auch gleich mal alles fertig dann haben wir das nämlich fertig also also machen wir mal so zack erst einmal da hin da hin da hin und da hin davon haben wir es noch nicht da finden es noch ein paar Setzlinge da haben wir Birkenholz elf Stück eins zwei drei genau das gleiche Spiel ich hoffe das langt so wahrscheinlich hätten wir eher vier nehmen sollen mal gucken zack oh nö passt das ist auch gut so dann haben wir hier nämlich dann das und das und das fehlt uns da oben eigentlich Eichenholz ach haben wir aber Eichen doch oder Tropenholz da Eichenholz und Eichenholz wir hatten auch Tropenholz habe ich gerade gesehen das war eigentlich auch schon hier irgendwo Tropenbaum setzling da fünf das heißt drei Stück davon wandeln da müssen wir drei Stück so 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 komm dum 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 äh Tropenbaumsetzling ist also der hier das heißt das kam erst mal da hin das kam da hin dann kam das und dann kam das so ach so mir fällt natürlich ein dass die hier auch hier im Zaun dazugekommen das gehört ja zu denen dazu schlugen wir nochmal rein hier jetzt haben wir noch Schwarzeichenholz Schwarzeichenholz das ist nämlich das hier so aber wir haben noch von Schwarzeichenholz Setzlinge definitiv und das auch nicht wenige äh bin ich der Meinung wo sind die denn gelandet also ich bin der Meinung wir haben doch immer Schwarzeichenholz noch abholt und hatten dann auch Setzlinge noch über hä okay dann müssen wir mal eben kurz äh ich würde vorschlagen und in unseren Logistikkatalog hier rein ach das hätte ich aber noch einen Namen und andersrum hä achso okay ja stimmt so SSS ich würde